Die Daimler Motorengesellschaft war ein deutsches Automobilunternehmen, gegründet im württembergischen Cannstatt, später in Stuttgart unter Töckheim und Berlin-Marienfelde. Sie ist eine der Vorläuferfirmen der Daimler-Benz AG. Geschichte 1887 kaufte Gottlieb Daimler ein Grundstück mit Werksgebäuden der ehemaligen Vernicklungsanstalt Zeitler und Emptmüssel in der Ludwigstraße 67 im Cannstatter Stadtteil Seelberg. Im November 1890 gründete er dort mit den finanzkräftigen Partnern Max Duttenhofer und Wilhelm Lorenz die Daimler Motorengesellschaft. Seit 1893 baute man Schienentriebwagen für Baden-Württemberg, die Schweiz und Ungarn in Cannstatt. Das erste Modell vom Dezember 1893 hatte 24 plus 8 Plätze mit einem 1.4 PS Vierzylinder-Motor. 1896 wurde der erste verbrennungsmotorgetriebene Lastkraftwagen der Welt bei der DMG gebaut und nach Großbritannien geliefert. Im März 1900 starb Gottlieb Daimler. Im selben Jahr wurden 185.000 Quadratmeter neues Gelände für eine neue Motorenfabrik in Untertöckheim gekauft. Am 29. Juli 1902 übernahm die Daimler Motorengesellschaft die Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berliner G in Berlin-Marienfelde als Zweigniederlassung und trug im selben Jahr den Namen Mercedes als patentamtlich geschützten Markennamen ein. 1903 wurden für die Great Western Railways fünf Schienbusse mit 16 PS, einer Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde und einer Transportkapazität bis 22 Personen gebaut. Ein Großbrand in den Werkshallen in Cannstatt zerstörte 1903 alle Produktionsmaschinen und 93 fertige Mercedes-Fahrzeuge. Als Notlösung begann die Produktion im Dezember 1904 vorzeitig im Werk Untertöckheim. Im folgenden Jahr fand der vollständige Umzug von Cannstatt nach Untertöckheim statt. 1907 wurde bei der DMG das erste Personenfahrzeug mit Allradantrieb für den Alltagsbetrieb konstruiert, der sogenannte Dernburg-Wagen, nachdem die niederländische Firma Spiker 1903 mit dem Spiker 60 H.P. das erste allradgetriebene Automobil mit Verbrennungsmotor als zweisitzigen Rennwagen vorgestellt hatte. 1909 wurde der Dreizachstern, das Symbol des Unternehmens, von dem Künstler Otto Ewald erfunden und Daimler zur Verfügung gestellt. An der Börse in Stuttgart wurden die Aktien der Daimler-Motorengesellschaft 1911 eingeführt. 1912 berichtete man von einem 115 PS Vierzylinderflugmotor, 50 PS und 75 PS Flugmotoren, einer Serie von 30, 240 PS Ballonmotoren sowie 8 Zylindermotoren für die Schüttelandsluftschiffe in Mannheim. Um den riesigen Bedarf des Militärs an Fahrzeugen, Flugmotoren und Flugzeugen decken zu können, wurde 1914 der Bau eines weiteren Werkes in Sindelfingen beschlossen, das schon im Herbst 1915 seinen Betrieb aufnahm. 1922 wurde der Firmensitz der DMG von Untertürkheim nach Berlin verlegt. Die Inflation 1923 veranlasste die DMG eigenes Notgeld herauszugeben. 1926 erfolgte die Fusion mit Benz und M.G. zur Daimler-Benz AG. Die Daimler-Motorengesellschaft hörte somit auf zu existieren. Das Brockhaus-Konversationslexikon lobte den Daimler-Schellen-Petroleum-Motorwagen 1896 über alle Maßen und ging insbesondere auf den Motor selbst ein. Werk Berlin-Marienfelde 1898 beteiligte sich die DMG an dem Maschinenbauunternehmen von Adolf Altmann in Berlin, was zur Gründung der Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin führte. Die MMB erhielt einen Lizenzvertrag für sämtliche Patente der DMG. 1899 verlegte die MMB ihren Sitz nach Berlin-Marienfelde. Am 2. Oktober 1902 übernahm die Daimler-Motorengesellschaft die marode Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin AG in Marienfelde. Am Anfang wurden zunächst noch Boots- und Schiffsmotoren gebaut, ab 1905 werden bereits Fahrzeuge für Lkw und Busaufbauten vom Band produziert. Während des Ersten Weltkrieges wurde 1917-1918 der erste deutsche Panzer A7V in Marienfelde entwickelt und gefertigt. Werk Untertürkheim Das Verhandlungsgeschick des Untertürkheimer Schultes Eduard Viechtner mit Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach gab 1900 den Ausschlag, dass die DMG nach Untertürkheim kam und nicht nach Schorndorf ging. Viechtner garantierte Daimler einen Eisenbahnanschluss und Elektrizität aus dem neu gebauten Wasserkraftwerk. Am 15. August 1900 unterzeichneten Vertreter der Gemeinde und des Automobilunternehmens den Vertrag über ein 185.000 Quadratmeter Baugebiet im Untertürkheimer Gewannkies. Mitte 1904 bis Anfang 1905 zog die Daimler-Motorengesellschaft vom Cannstatter Seelberg nach Untertürkheim um. Auf einer Grundfläche von 45.000 Quadratmetern entstanden eine Schmiede, ein Arbeiterunterkunfts- und Verwaltungsbau, ein Sägedachbau, die Werkstätte für Bremsen- und Klempnerarbeiten und schließlich der sogenannte Betonbau für insgesamt 2.200 Mitarbeiter. Werk Sindelfingen 1914 wurde der Bau des dritten Werkes in Sindelfingen beschlossen, das schon im Herbst 1915 seinen Betrieb aufnahm. Im Werk Sindelfingen wurden hauptsächlich Flugzeuge und Flugmotoren produziert, zu diesem Zweck verfügte das Werk über eine Start- und Landebahn. Austroh Daimler Austroh Daimler ist die Kurzbezeichnung für das ehemalige österreichische Tochterunternehmen der Deutschen Daimler-Motorengesellschaft in Wiener, Neustadt. Bilder